Es ist ein feines Geräusch in mir und eine Bewegung wie von kommender Flut. Also, nach dieser heutigen Nacht, wo es bei mir echt kreuz und quer ging, ich muss euch gestehen, also geheult habe ich schon, weil es so furchtbar ist. Und was mich dann beruhigt, ist so ein Satz von Rainer Maria Rilke. Ich habe gehört, wie die Wirtschaft gegen unsere menschlichen Gefühle arbeitet. Hier in Italien ist man eh schon so verzweifelt, weil man Angst davor hat, dass die Deutschen, die kaufen alles weg, die kaufen unser Land weg. Die machen das so, wie sie es mit den Griechen gemacht haben. So machen sie es mit uns auch. Aber das seid es nicht ihr, das weiß ich schon. Das ist die Wirtschaft. Und die Wirtschaft und die Menschen, die Ökonomie und die Menschen, die sind jetzt an einen Punkt geraten, wo es nicht mehr miteinander geht. Jetzt muss Nächstenliebe gezeigt werden. Ich fühle in mir ganz was Feines, nämlich, dass jetzt die wahren Gefühle sprechen und nicht mehr die Ratio, die Liebe. Macht es gut, sehr gut. Für Zeich.